Ich spiele meine Livestreams auf Twitch immer sehr, sehr oft mit euch. Zum Beispiel eine der neuesten Late-Game-Arena-Maps, wo dann natürlich auch die ein oder anderen Leute dabei sind, die sehr toxisch sind. Es gab einen Stream-Sniper, der schon die ganze Zeit mir jede Runde nachgeflogen ist und mich auch in der Pre-Lobby die ganze Zeit ausgelacht hat und geäldernst hat. Deswegen dachte ich, okay, bis hierhin und nicht weiter. Sobald ich ihn nur ein einziges Mal sehe, dann werde ich ihn fokussen und mir holen. Hier sieht man auch schon, wie er mich gnadenlos auslacht. Der Skin mit den türkisgefährten Haaren. Der Skin mit den türkisgefährten Haaren.